Natürlich hat Humor auch eine politische Dimension, das ist ganz klar. Also Humor kann Dinge bewegen, Humor kann es aber auch nicht alles verändern, das ist ja auch klar. Also wenn man jetzt alles politisch verändern würde, also wenn jetzt alle Rechten plötzlich links wären und alle Linken plötzlich rechts, dann wäre das gleiche Problem wie vorher. Bloß andersrum. Sinnlös.